Ich glaub's nicht, was Sie getan haben. Und ich glaube es einfach nicht, dass Sie meine Entscheidung anzweifeln. Sie hat uns verraten, ich wusste es. Ich habe niemanden verraten, ich habe die Bruderschaft gerettet, die Invasoren waren zu zahlreich und zu stark. Die GDI-Truppen sind genauso chancenlos wie wir. Wir sollten uns das endlich eingestehen. Ich hatte keine Wahl, als mit einem verzweifelten GDI-Kommander zu paktieren. Wir verteidigen mit ihnen ihre Basis in Sydney. Wie kann sie der GDI nur trauen? Wenn diese Basis fällt, rechne ich mit einem Truppenabzug der GDI. Und wir können mit unseren derzeitigen Mitteln das Land nicht halten. Es ist in unserem Interesse, die... Das ist Verrat! Cain verhandelt nicht mit der GDI. Cain ist tot. Das ist doch genau das, was Sie wollten, oder? Was ich will, ist ein funktionierendes Arsenal von einsatzbereiten Aurora-Waffen. Und während Nord bei der Verteidigung der GDI-Basis hilft, stehlen wir ihnen die benötigten Startcodes für die Gefechtsköpfe, die wir ja schon erbeutet haben. Hören Sie, Commander. Eine formelle Allianz mit der GDI ist unorthodox. Ich weiß, aber zur Zeit sind die Invasoren viel gefährlicher als die GDI und ich bin davon überzeugt, dass Raketen die einzige Möglichkeit sind, sie abzuwehren. Alles hängt von Ihnen ab, Commander. Okay. Ihr Plan ist also nicht total verrückt. Wer soll das nur begreifen? Wir verteidigen eine verfluchte GDI-Stadt gegen die Aliens. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Schlimmer geht's nicht. Okay. Ich denke, der Plan ist, wir helfen der GDI gegen die Invasoren und besorgen uns die Aurora-Waffen Startcodes. Und dann jagen wir die GDI zur Hölle, nachdem wir die Aliens erledigt haben, die aber doch auf unserer Seite stehen. Macht das Sinn? Natürlich nicht. Weiter. Herrlich. Ich... Oh, ich finde die Typenspitze. Die GDI wird von den Invasoren überwältigt. Die Zerstörung dieser drei Ziele wird die Aliens empfindlich schwächen. Die Aktivierungscodes der geschohlenen Aurora-Rakete befinden sich in dieser strategischen GDI-Leitzentrale. Neues Bonus-Ziel. Wahrheit. Geheimdienstdaten aktualisiert. Grüne Felder. Seien Sie beim Ausbau der Stützpunkts vorsichtig. Alle Gebiete jenseits unserer Ausgangsposition sind unsicher. Wow. Eine Allianz mit der GDI? Machen Sie. So was hätte Kayn nie zugelassen. Killian verhandelt mit diesen verdammten Narren, anstatt sie einfach zu neutralisieren. Tiberium ist Macht. Avatar bereich. Zu wenig Energie. Baut. Baut. Bau abgeschlossen. Ausbildung wird gebaut. Ungeeigneter Bauplatz. Unzureichende Mittel. Feindliche Einheimen in Sicht. Oh, die Tiberium-Türme. Oh, yeah. Guck mal, ob wir da dran kommen. Oh, abgeschlossen. Wir haben da durch angegriffen. Shadow team. Oh. Avatar bereich. Fertig. Tiberium-Mellaston gemessen. Feinheit wird angegriffen. Konzentration. Kampfsequenz aktiv. Röne Felder. Wir haben die Raketen. Betriebsbereit. Ziel bestimmt. Baut. Scanner in der Nähe. Bereit. Oh, je, je, je. Jetzt wird geerntet. Die Bruderschaftsbekristallen. Waffen initialisiert. Vorwärts. Initialisiert. Räume wegfrei. Ich kann Ihnen helfen. Okay. Sander wird angegriffen. Das Tiberium wird uns befreien. Die Bruderschaft verkehrt. Ich warte. Kempfer durchlagen! Kempfer durchlagen! Die Bruderschaftsbekristallen. Kempfer durchlagen! Kempfer durchlagen! Alle sich die Bruderschaftsbekristallen. Sie sind unerbittlich! Ungeeignete Bauplätze zu gewinnen. Baut. Wird gebaut. Wird gebaut. Bau abgeschlossen. Bau abgeschlossen. Wir kämpfen für Nott! Rein! Wir haben die Raketen. Auf die Beine! Alle Mann in das Gebäude! Und zu reichenden Mittel. Wir haben die Raketen. Aber Tare waren leuchtend. Oh, du mach mal ein bisschen Ausflug hier. Wir haben die Raketen. Wir haben die Raketen. Wir haben die Raketen. Auf die Beine! Wir haben die Raketen. So. Was ist denn mein Ingenieur? Abgeschlossen. Ich habe hier irgendwo einen losgeschickt. Wir haben die Raketen. Avatar. Ich hätte gerne die Tiberien im Türme da oben. Kämpfer durchlagen! Kämpfer durchlagen! Kämpfer durchlagen! Einen haben wir noch. Kämpfer durchlagen! Kämpfer durchlagen! Unzureichende Mittel. Vorsichtig. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Wir kämpfen für Nutt! Auf Sie! Da rein! Kämpfer durchlagen! Reiterbereit! Kämpfer durchlagen! Kämpfer durchlagen! Kämpfer durchlagen! Kämpfer durchlagen! Kämpfer durchlagen! Alter! Die Ingenieurrückkleben aber auch recht nicht lange. Nieder mit den Unterdrückern! Ausbildung! Betriebsbereit! Avatar! Ausbildung! Reinheit wird angegriffen! Reinheit wird angegriffen! Initialisiert! Minder! Tiberium! will das Smok bemessen! Tiberium! Niedermittel! GDI! Kopfgruppe! Das Diberium wird uns befreien. Das Diberium ist Macht. Initiativ in der Mitte. Erntegstest. Einheit verhoben. Diberium ist Macht. Alle Systeme bereit. Das Portal ist erledigt. Weiter, vorwärts! Die Sturmseilen sind halt heftig. Steuerung aktiviert. Greife ein. Alle Systeme bereit. Geil, weg! Die Sturm. Geil, weg! Dich, weg! Auch noch ein Ingenieur. Ich bin wies. Wir haben die Raketen, der ist richtig gelitten, der Kerl. Wie dumm stark sind denn diese Einheiten? Schieß doch alles, was ich bewege. Was brauchen Sie? Initialisiert. Bau unterbrochen. Avatar. Die Bruderschaft. Waffen initialisiert. Betriebsbereit. Ja. Arbeiten wir zusammen. Es wird uns gehört. Avatar. Jetzt gehen wir erstmal zur Reparatur hier. Die sind echt zu wertvoll, um die zu verlieren. Avatar. Ja. Ich warte. Avatar bereit. Tiberium fällt abgebaut. Und so weiter. Er ist so viel gekannt. Das Tiberium wird uns befreien. Avatar. Ich warte. Waffen initialisiert. Avatar. Wir haben die Raketen. Avatar bereit. Wir haben die Raketen. Wir könnten auch gleich noch ein bisschen Anti-Ärger brauchen. Wir haben die Raketen. Die Stealth-Panzer sind ziemlich stark gegen Luft-Einheiten. Wir haben die Raketen. Wo haben wir denn von denen noch? Oh, da liegt ja noch ein Brack. Bau unterbrochen. Waffen initialisiert. Avatar. Betriebsbereit. Waffen initialisiert. Also der Signaltransmitter, der wäre auf jeden Fall wichtig, dass wir den auch zerstören. Ich warte. Avatar. Tiberium fällt abgebaut. Waffen initialisiert. Avatar. Ziel bestimmt. Avatar bereit. Vertrauen Sie mir. Das ist ein Waffen. Ich kenne die Raketen. Waffen initialisiert. Verhalten Sie mir. Ich warte. Wir sind nicht. Nein. 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 Die Aliens haben die Mauern zerstört. Nichts bereit. Initialisiere Videoabblick. Mann, das ist ja alles total irre. Hier ist das neue Ziel, das ich vom Zentralkommando habe. Ich lade die Koordinaten für Sie. Befehle von einer nicht identifizierten Quelle. Was ist hier los? Ha, feindliche Einheiten in Sicht. Einheit wird angegriffen. Avatar wird initialisiert. Ziel erfahren. Volle Energie. Einheit verhoben. Waffen initialisiert. Jetzt wird sie rein. Räumen wir auf. Volle Energie. Angriff. Warum schickt der Kollege mir denn hier Dingenskirchen? Da sollen wir keine BMT schicken. Da sollen wir hier wirklich Mammuts oder so schicken. Zerstören. Feindliche Basis in Sicht. Betriebsbereit. Der Nächste. Das Gateway ist zerstört. Schickt die Artillerie. Das Unbequiz. Wurz wäre zerstört. Gute Arbeit. Hier. Da. Das Gateway ist zerstört. Schickt die Artillerie. Einzige Verhoben. Eliminieren. Erledigt. Zerstören. Die Ruderschaft vertraut. Pulverisiert. Räumen wir auf. Natürlich. Wie viel habe ich denn verloren? Ich finde über die Ingenieuren nicht. Das ist furchtbar. Ich kann auch. Ich habe offenbar einfach einen guten Rallye-Point gesetzt. Was ich höre. Es wird uns hören. Ich warte. Vorwärts. Volle Energie. Ja. Einheit geworden. Einheit wird angegriffen. Alle Systeme bereit. Der Nächste. Zerstören. Ewig liegen. Erledigt. Vorwärts. Oh. Räume wegfrei. Die Ruderschaft vertraut. Mh. Weil es sich wieder mehrter Platz ist gegen... Ich wegen dieses Devastator-Schladschiff bräuchte. So ein Mist. Gehen wir auf die Jagd. Unzureichende Mittel. Betriebsbereit. Waffen initialisiert. Ob ich ihm den Job schmackhaft machen kann mit Gefahrenzulage? Ich warte. Raketeneinsatz bereit. Gehen wir auf die Jagd. Die Ruderschaft vertraut. Aufpassen. Ich hänge sie alle ab. Schnell. Gehen wir auf die Jagd. Tiberien Belastung. Waffen initialisiert. Was braucht es? Feindliche Einheiten in Sicht. Suchen wir sie. Vorwärts. Los. Darüber. Angriff. Vorwärts. Gehen wir auf die Jagd. Vorsicht die Feinde. Hit and run. Beeilung. Mach sie fertig. Ich werde dann soweit. Hit and run. Wie gefällt euch das? Angriff. Du hast eine gute Position. Bleibt in Bewegung. Gehen wir auf die Jagd. Ich habe es versucht mit Splitten. So gut wie es ging. Ich habe es für sie. Schnell. Jetzt. Jetzt. Tiberium Belastung. Einheit wird angegriffen. Tiberium Belastung. Die Bruderschaft vertraut mir. Die Bruderschaft vertraut mir. Das könnten wir brauchen. Vertrauen Sie mir. Oh, sehr gut. Grüne Felder. Betriebsbereit. Ich warte. Avatar. Waffen initialisiert. Ich warte. Waffen initialisiert. Betriebsbereit. Feindliche Einheiten in Sicht. Aber da oben kämpfen wir noch. Lauf Ingenieur, lauuf. Einheit wird angegriffen. Einheit verloren. Gebäude besetzt. Initialisiert. Avatar bereit. Kämpfer durchladen. Kämpfer durchladen. Kämpfer durchladen. Kämpfer durchladen. Wir kämpfen für noch. Kämpfer durchladen. Wieder mit der GDI. Kämpfer durchladen. Da sind sie vorwärts. Kämpfer durchladen. Kämpfer durchladen. Betriebsbereit. Waffen initialisiert. Ich dachte, der ist noch low, du bist noch low. Unzureichende Mittel. Betriebsbereit. Waffen initialisiert. Arbeiten wir zusammen. Das könnten wir brauchen. Soldaten, auf die Beine. Mit erhobenen Waffen. Was muss ich jetzt machen genau? Erobern sie das Labor. Erobern sie zwei Tiberium-Türme. Ja, da sind wir ja gerade dabei. Avatar bereit. Avatar. Feindliche Einheiten in Sicht. Nieder mit der GDI. Da sind sie. Auf sie. Holt sie euch. Einheit wird angegriffen. Einheit verlobt. Ich kann ihnen helfen. Wir kämpfen für noch. Da sind sie, auf sie. Ja, gut. Haben wir. Lorn, ja? Ein Entschuldigung, ne? Mit dem wir das Hellenfeuer entfachen. Wir haben die Raketen. Ich kenne den Weg. Aber wir kämpfen für Natt! Wir haben die Raketen. Ich warte. Wir haben die Raketen. Initialisiert. Waffen initialisiert. Betriebsbereich. Wir haben die Raketen. Roger. Waffen initialisiert. Wir haben die Raketen. Oh. Nieder mit der GDI. Ich bin irgendwie so ein bisschen paranoid. Ich erwarte hier schon wieder einen Twist. Wir haben die Raketen. Wir haben die Raketen. Was brauchen sie? Oh, ich habe eine Idee. Oh, das ist zwar eine richtig asoziale Idee, aber... Ausbildung. Ausbildung. Deswegen gefällt es mir so gut. Die Bruderschaft vertraut mir. Vorsichtig. Vertrauen sie mir. Okay. Ich bleibe jetzt erst mal da stehen. Und zwar so lange. Oh Gott, das ist so asozial. Wo ist der Ingenieur? Wo habe ich denn? Ich habe doch den Ingenieur da jetzt hingeschickt. Oder haben die den schon getötet? Nee, das kann ja nicht sein. Ich warte. Die Bruderschaft vertraut? Vielleicht machen wir es auch noch asozialer? Die Bruderschaft vertraut mir. Ja. Wir bleiben. Wir nehmen uns dann einfach direkt den Bauhof noch mit. Was brauchen sie? Weil die haben... Vertrauen sie mir. So eins. Ich kann Ihnen helfen. Drei. Kann ich irgendwie helfen? Und drei. So. Drei. 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 Vielen Dank.